Jey, und willkommen zu einer weiteren Runde Last Man Standing. Ich schicke euch doch direkt in die Folge und quatsch ab und an zwischendurch nochmal was. Wollen wir mal kurz gucken, wo die Zone ist? Ja, ist ja mit Boxen übel eklig. Ja, honestly, lass los jeden, ja. Die ist hinter uns, oder? Jalla, 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 jalla! Alter, was ist los mit den Leuten? Halt doch dein Maul da hinten, wirklich. Ich sehe den Punkt auf der Map, ja. Ja, dann lass actually zu der gegenüber von der vernünftigen Bär-Kilf jeden, oder? Ja. Unser Plan mit der Bär-Kilf war, da ein bisschen Metal zu farmen und nebenher vielleicht auch gleich noch einen Bär anzutamen. Ja, das machen wir dann wohl. Irgendwo Richtung, da wo du Halt gefarmt hattest, wann er 200 irgendwas damaged sei. Ähm, okay. What? Oh mein Gott, die Wölfe sind hier reingedroppt. Als ob die in meinem Gesicht spawnen. Hast du einen Bolas? Bolat. Ich hab die anderen den Dingens draußen aufs Maul geheizt. Wo ist der zweite? Ist er noch drinnen? Drinnen, ja. Ich dränke den. Der knabbert unsere Fortschüsse an. Mach hinne. Ich hab Akku. Pass auf, dass die anderen von draußen jetzt nicht dich akkuren. Tun die, glaube ich, actually. Aber ich lauf kurz mit denen im Kreis. Wollen wir die anderen von draußen auch haben? Würde ich, ja, oder? Der drin liegt, ich muss Bolas craften. Kannst du jetzt kommen? Okay, ja. Komm langsam wieder rum. Ich glaube, ich hab erst mal nur einen dabei. Der hat das Ding jetzt abgeholt. Wölfe halt irgendwie so halb. Ah, nee, die sind beide. Ich liebe die Wölfe. Ganz ehrlich, die Wölfe sind einfach weird. Also, vor allem, dass die halt nicht von oben droppen, sondern... Warte, was machst du? Äh, hinten. Ja, ob du den abgebaut hast? Den anderen. Ach so, ja, hab ich. Actually, wenn ich vom Team absteige, steig mal auf den Team auf und steig wieder ab. Ändert sich bei mir gar nichts. Okay. Ah, doch. Ja, nee, jetzt ist vorbei. Was ist vorbei? Event. Ja, ihr nehmt los. Äh, ja doch, Event ist vorbei, oder? Nee, ich hab bei mir immer noch. Wenn ich auf den Bär drauf sitze, hab ich einen Haltwischen. Event. Okay, what the fuck. Ähm, ja, von mir aus können wir los. Ja, du musst auf den Bär. Ich seh nix. Ach so. Hast du ne... Naja, ich hab auf dem auch Night Vision. Ach so. Ja, im Zuge dessen werdet ihr jetzt auch ab und an ein bisschen Night Vision Gameplay bekommen. Ähm, ich skippe nämlich auch direkt ein kleines Stückchen vor. In Richtung, ja, letzte, vorletzte Zone irgendwie sowas in die Richtung. Denn so langsam wird's spannend. Actually, shootet hier vor mir jemand runter ins Wasser. Wo? Da. Da. Äh, keine Ahnung. Ja. Hat ordentlich Hits. Ja, ich mach dann. Oder? Wo mach ich dann hinterher? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee, 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 safe nicht. Lass, lass echt einkaufen. Bevor jetzt die alle Leute sind. Ja, 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 ja. So, ich brauch Shotgun Ammo, ich brauch eigentlich nochmal Mad Bruce, ich brauch auf jeden Fall Apun. Naja, ich kauf mir denk ich auch noch einmal für Netgun und auch definitiv nochmal richtig Pistol Ammo. Und lass die Bäume hier oben fällen. Ich würd direkt kurz shoppen gehen. Kann nicht. Warte, wo wirst du shoppen? Oben auf der Ebene. Ich kann nicht. Da oben sind Damage Zahlen. Lass mal da hoch. Ich kann mit dem Shop nicht einkaufen. Achso, ja, ja, okay. Und wir umfalten, Leute. Ähm, achso, du machst du den Damage Zahlen nicht zu den Compound Bau? Nee, nee. Ich mach so den Damage Zahlen. Wir krabbeln, Leute. Wo ist denn der Compound? Actually, der Compound Bau ist hier runtergetroppt. Hinter mir auf dem Hotbutton. Okay, ja, dann drauf. Rechtsrum, rechtsrum runter. Ich glaub auch ein Viech kann man halt einfach nicht pingen. Ist das überhaupt ein Compound Bau oder ist das ein normaler Bau? Ich glaub, actually, das ist ein normaler Bau. Ist tot. Gelooten. Ich werde flossen. Ja, verbessert auf oben. Keine Kräuter. Ja, lass echt einkaufen. Auf meinen Beeren hat gerade irgendwas geschossen von oben. Ja, haben wir noch einen anderen Shop maybe in Range? Maybe den links. Also Richtung... Ja, lass dahin gehen. Ich seh halt auf mehr als 30 Meter einfach gar nichts. Es ist halt einfach grauenhaft. Ich glaub, der ist draußen. Ja, der ist draußen. Wie weit draußen ist der? Äh, mein Bär hat einfach keine Star-Mind. Ich muss nochmal kurz chillen. Du hast auch mit Radial-Menü nicht darauf zugreifen können auf den anderen Shop, oder? Hm, das hab ich noch nicht probiert, actually. Weil der Eumel da auf mich geschossen hat. Ich würde einmal ganz gut zenieten und das tryen. Warto ist raus. Oha, wild. Ne. Auch Radial-Menü sagt nein. Okay, die Händen liegt eine Leiche. Okay, die ist naked. Lass uns mal hochgucken Richtung Berg. Maybe ist da noch ein... Ich seh den Shop ganz genau, wo der ist. Diesen Player nehmen wir im Busch. Jojojo. Und links rum. Ja, der macht halt gleich wieder den Gravel in den Gamern. Ja, ist okay. So, einfach keine Ahnung. Wir trainen halt ordentlich Armor. Over time. Ich hätt's so gefühlt. Ich steh den Bär daneben und nicht dran. Ich bin am überlegen. Hä, so dass du nur einen Unterschied machst, wo der Bär steht, ist... Also... Hm. Ja, das ist zwar, ich stell mir meinen Bär nicht auf den Hot Button und geh hin. Jo, okay. Ich versuch dich ein bisschen zu covern dabei. Ich weiß auch noch nicht, wie viel an Eumeln hier halt noch rum... Sieben. Ah ja. Aber... Ja doch, die müssen auch alle noch in der Range sein, oder? Ja. Ja, eigentlich bräuchte ich echt einen Kill auf meinem Bär nicht. Aber ich... Einfach... Ah ja, ja. Die Zone wird kleiner. Hier rechts von... Also hinter dir läuft jemand? Ja, hier rechts. Nettgunt. Ich hab keine Mettlachs. Ich bin einfach stuck. Let's go. Habt du den Mettlachs? Ja, hab ich. Kannst du den anderen Bären auch einhören? Ja, 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 mach ich. Und wissel den einfach. Mach ich den Zone. Das ist übelbelastend. Fällt mir grad so oft. Kommen die? Ja. Der ist ja übel low. Gut möglich. Der hat 100 HP. Juck, der tot. Der Typ hat richtig dick Spaß. Sag ich, wie's ist. Du bist beam. Du, rubberband ist ja hier übel. Wieso zum Nettgun? Hier oben ist noch... Die sind zwei Player. Dann lass es kurz für die dicke Klippenparty gehen, oder? Ja. Ich hab halt keine Stamina. Grappelt. Dann lass doch wieder runter. Ja. Aber wobei, der hat sich nur zwei Meter hochgegrappelt, actually. Hier, in unserer Bärleiche. Gebohllart. Höh. Na ja, scheiße. Du bist gebohllart, okay. Ja. Oh ja, die hat immer keine Hose mehr da in so'n Schorsch. Da oben sind halt noch Leute. Gebohllart hier bei mir? Werdes ein wilde Wölfe. Das ist generische. Das sind Wölfe. Lass, lass hoch. Hier, wo die Eumel waren. Hier, zu mir. Jojojo. Scheiß auf die Thames. Naja, das fickt jetzt halt übertrieben. Unsere Thames weg. Ja. Hier kommen Leute hoch. Äh. Ich bin gebohllart. Ich bin gebohllart. Ich bin auch gebohllart. Miethef. Der Typ war keine Hose. Ich hab den arktischer. Na, was? Ich bin Ulo. Ich muss kurz hier. Ich würde den gerne looten. Der hat eine Shotgun. Wir haben uns gegenseitig gebohllart. Da kommt dann noch ein Player Richtung da oben. Oh. Ich würde ein bisschen weggeschoscht. Hier oben ist eine Leiche. Die ist überfett. Bei mir. Wenn du herkommen kannst. Ja, ich bin dabei. Ich bin dabei. Ich hab nur sechs Shotguns Schuss. Also Pumpgun. Ja, ich sag's, wie es ist. Also der ist zwar fett, aber der hat nichts. Wait, hat der sich den anderen Typen gegrabbelt? Weiß es nicht. Ich hab auch keine Grabels. Hat der Typ Grabels? Maybe. Nee, nee, nee. Der kann das nicht beenden. Das übel, die Wölfe. Also der andere Typ ist immer noch über uns. Ja, wo ist der? Als ob der da oben auf diesem komischen Red Spot die ganze Zeit noch chillen kann. Pistol Ammo? Was? Der hatte Pistol Ammo, der Dude? Und schießt. Kommst du klar? Wait, hä? Okay, sobald Leichen gegessen werden, sind sie gone. Ja, tschüss, Pistol Ammo. Warte, ich grabbe den runter, sobald er nochmal biegt. Ja. Ne. Okay, ich grabbe den halt nicht runter, weil ich ihn mal nicht kriege. Angeschossen von unten, glaub ich, oder? Darf ja nicht, wo der letzte Player ist. Es lebt ja noch einer. Meine Schuhe sind... Ah, ich mach Chitin-Schuhe. Ghost hier. Hier. Hey, damn, first is fuck, boy. Ist halt so schade, hier war einfach die... Äh, war halt eigentlich... Oder weißt du das? Ist irgendjemand geschüttet? Ja, unter unten. Ja, der Typ ist da oben gekommen. Der ist da, da. Ah, ja, 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 ich seh's. Ja, honestly, der hat Wolf-Agro. Ich denke, sobald er... Bäh... Das Safe-Beam am Shop und der Recht ist... Keine Ahnung. Der andere Kek. Die Fighten? Ja, wir spielen jetzt einfach taktisch runter. To be honest. Weil die mal gebowler ist, machen wir rein. Ja, ja, find ich gut. Weil da ist einer gebowler, oder? Da ist gebowler, ja. Fein. Bären fallen. Der hat mies kassiert. Bären fallen. Pass auf. Oh mein Gott, war die close. Oh, die auch. Eigentlich würde ich beam gerne looten. Hinnikos, stopp. Hast du den Typen? Also siehst du den die ganze Zeit? Ja, ja, der kommt da. Kommt jetzt zu dir. Achtung. Näh. Alter, ich hätte halt heute auch einfach keine Bowlers. Wo ist denn der Kek? Komm, Junge, du hast die Bowler weg, bitte. Ich hab halt einen Pump an, so. Keine Bowler. Ja, lass mal einen netten Fall hier machen. Ja, nur weil du keine mehr hast? Wie man da noch ca. 800 Bowlers? Ich hab mir die alle mal gejoinkt. Aber sonst auch nicht viel. Keine Bowler. Wait, hä, wo hättet der Wolf hin? Ja. Achso, keine Ahnung. Ja, ich wollte den Wolf in die Bären vor der Kite, damit ich die... Hey, Junge, ich hätte meine Bowlers halt auch einfach gar nichts dabei gehabt. Alter, das ist halt Trauerspiel. Aber das ist halt auch ein Movement, so. Hab ihn. Ich bin genettet. Du hast doch eine Steinachse. Geht das? Ja, das geht. Stopp. Ich hab dir einfach in die Hose geschossen. Als ob es mit einer Steinachse geht. Ja, das wurde extra gechanged. Ich hab keine Amo mehr. Es ist so los. Junge, was deine Hose tankt. Aber jetzt ist sie gone. Sag mir bitte, er hat keine mehr. Boah, wie schnell die scheiß Leute einfach sind. Ey, ganz ehrlich, beende den Scheiß einfach. Ja, der soll zu uns kommen. Hast du deinen Progress verloren durchs Angeschossenworn? Ja, ja, ja. Kommt runter. Vorsicht bei dir. Keine Boots mehr. Geh, ich will kurz B im Loosen. Der ist mies low. B hat auch keine Boots mehr. What? Hier hinten war noch eine Leiche. Der hat wieder eine Hose. Ich würde es so fühlen, wenn er einfach in seine eigene B-Ampfälle rennt. Komm wieder zu dir runter. Netgun. Es ist so dumm. Ja, ich versuche auch wieder Netgun in Tobola. Ich habe fucking zwei Pistolschoß. Oh, warte. Ich habe was Fieses vor. Das möchte ich durchziehen. Oh, Leute. Ich bin in der Bärenfalle. Nein, als ob du jetzt in die Bärenfalle gelatscht bist. Ich wollte ihn gerade mit... Ich habe keine Hose. Hab ihn, hab ihn. Ich wollte ihn gerade Grapple in die Bärenfalle ziehen. Aber dann bist du reingelaufen. Oh Mann, das wäre so schön gewesen. Oh, geh, geh. Scheiße, Junge, Alter. Hatte ich so scheiß Bärenfalle. Einmal paar aufs Maul, Junge. Habe ich deine Hose kaputt gehauen? Ja. Ja, die hat... Die hat keinen Dura. Bonk. Äh, achso, warte mal. Ich muss ja eigentlich hier noch Sachen anschmeißen, ne? Ja. Ich sterbe. Ja, finde ich gut. Hast du verdient. Gut. Ja, okay. Loll, dadurch, dass du gestorben bist. Ja, okay, Loll.